so jetzt gucken wir mal wo der ist da oben ist er hallo leute herzlich willkommen auf dem neuen stano gaming und heute spielen wir militär tycoon genau ich bin heute militär zeichnen wir müssen hier auch direkt mal irgendwas bauen arbeiter warum habe ich so viel geld egal also wände für 200 dann eine glock nee ich brauche keine waffe erst mal nur arbeiter und sowas so kaufen wir uns doch mal hier wände dann einen zweiten stock dann beleuchtung 2000 dann eine treppe für 3000 dann nur das habe ich jetzt gerade nicht gesehen mit gelock gut ziehen mps nach das und dies und das eine granate noch mehr wände mit karten laden laden hat nicht so ganz funktioniert was denn hier drinnen der dann ein uniformen 100 und auch noch mal 4000 kann man dann hier leben bei mir funktioniert so nicht aber die waffen kann ich nehmen okay hier kann man nix kaufen wo ist die treppe hier unten muss ich nichts mehr kaufen okay 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 ach hier oben geht es mit arbeitern weiter wände noch ein arbeiter noch ein arbeiter noch ein arbeiter und deshalb habe ich kein geld mehr also hier ist eine karte außenposten hier kann ich irgendwas warum warum ist hier so ein ausrufezeichen okay hier sind so gamepässe die man kaufen kann boosts boosts cash diamanten und hier äh gamepass krieg okay muss ich nicht verstehen ich brauche erstmal geld irgendwas kann ich hier draußen kaufen wende tv tv ein jeep ah die kann ich dann hier so spawnen garagenstraßen okay also das ist ein panzer das ist sowas und das ist sowas spawnen wir den doch mal jetzt kann ich jemand anderes angreifen oder wie okay 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 ich habe gerade einen baum überfahren ich verstehe aha hier unten geht es ja auch noch mal hin was kann man denn hier alles holen also es wird in jedem fall sehr viel kosten eine acht tausende oben kann ich nichts holen weil es zu teuer aber hier unten kann ich mir dinge holen da unten sind so Bunker gewesen weil wir kaufen uns erst mit dem Sitzertür Fenster um okay kann man sich auch noch irgendwas holen okay ich würde sagen dass ich mir erst mal das hier kaufe was auch mal hier ist ach hier kann man so parken okay ach hier steht sogar so ein ding dann wende ach hier ist noch irgend sowas okay 3.250 dafür okay dann gehen wir mal wieder rein jetzt haben wir wieder 6.000 und können uns hier irgendwas holen ach ein Arbeiter okay noch ein Arbeiter New Codes wie das Spiel für es sind wie Kersts und Kredits mehr hier kann man Code angeben Hatch 22 wie denn okay wie Kärscht wie Kärscht das habe ich 400.000 und okay 0 1 ah okay jetzt bin ich wieder reich also das hier ist auf jeden Fall so die Haupt Hauptgebäude hier glaube ich ich kaufe erstmal hier nochmal kurz den letzten Arbeiter Wände nee die Waffen brauche ich jetzt eigentlich ohne Wände noch mehr Wände Besitzertür Fenster noch eine Wand dritten Stock Beleuchtung Treppe okay dann gehen wir nochmal weiter nach oben ne Wände noch eine Wand Wände Wände Fenster Dach Beleuchtung also was das hier war das habe ich jetzt keine Ahnung hier ist dann so ein Helikopter Landeplatz okay ne Wand noch mehr Wände Fenster Wand und ein Dach Beleuchtung Feuerwerk was Feuerwerk eine Wand noch eine Wand noch eine Wand bin ich wieder arm also jetzt müsste ich erstmal wieder Geld holen kaufe ich jetzt erstmal hier noch die anderen beiden Fahrzeuge ja ein Truck ach das ist diese Wand irgendwas mit einem Schiff aber das kann ich ja wobei das kann ich auch jetzt eben kaufen es sei denn es kostet eine Million ah ne kostet nicht ok ein Schnellboot habe ich mir jetzt gerade geholt ein Geländer ein Frachtwerk Beleuchtung ja da unten kann ich jetzt erstmal nix holen jetzt muss ich erstmal Containers holen dann praktisch also eine Wand ein Dach Fenster ist ein bisschen teuer warte ich fahre mal kurz rein ey warum hat er denn so eine Milliarden Schutz noch an ein bau ein bau ein bau ein bau stepp ein bau ein bau okay ich habe ihn fast eben kurz nachladen und dann haue ich auch wieder ab ja jetzt kann ich abholen okay aber es ist echt ein nicer tycoon so ungefähr was also ungefähr es ist auf jeden Fall ein nice Datei Grün muss ich sagen so fahren wir jetzt erstmal wieder zurück wie toll war das ungefähr 50 ne hier drin okay und soll jetzt zwei kostet 35.000 okay da hinten kann ich mir irgendwas holen das ist bestimmt wieder so eine treppe oder irgend sowas ich schätze mal ja jetzt war der stock beleuchtung fachwerk 2k ich glaube ich dass das noch so meter weiter höher geht ich könnte mal versuchen den noch mal anzugreifen jetzt beziehungsweise ja da läuft da nämlich gerade ah ja es gibt tatsächlich hier wände außen okay dann fahr ich mal da rüber kann die bäume sogar einfach oben fahren da war aber direkt tot so jetzt gucken wir mal wo der ist da oben ist der ich glaube der kommt gerade wieder runter da oben ist der da oben ist der Das war's. 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 Yes. 20.000 für eine Wand? 20.000 für eine Wand. 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 30.000 für eine Wand. 20.000 für eine Wand. Okay, dann machen wir uns erstmal an den Turm. Oder sollen wir jetzt die Wände machen? Ja, wobei, ich mache erstmal die Wand hier. Hier ist ja sogar ein Ausrufezeichen. Okay. Okay. Irgendwo ist noch ne Dings. Ich weiß noch nicht ganz wo. Da kommen wir greifen nochmal die hier an. Ich weiß noch nicht ganz wo. Ah, der steht hier. Kann ich den hier abschießen? Mit. Das probiere ich mal aus. Das probiere ich mal aus. Der ist so gut wie gefangen da drin. Na ja. Oh, okay. Das probiere ich nochmal gut gehabt. Das probiere ich mal aus. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Liken, ein Abo und ein Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao, ciao.